Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal meine Sonntagsrufpflegeroutine. Und zwar tue ich jeden Sonntag von beiden Ponys die Hufe pflegen. Und genau, Cindy ist hier auch jetzt schon angebunden. Und übrigens habe ich einen neuen anbindende Platz. Nämlich hier so ein Ding, wo ich die Ponys jetzt immer anbinden kann. Und genau, Cindy war gerade noch auf der Koppel, deswegen hat sie noch ihre Fliegenmaske an. Und die übrigens auch neu ist, also die kennt ihr noch gar nicht, aber ja. Ich würde sagen, ich schlabere jetzt gar nicht so lange rum, sondern zeige euch meine Hufpflegeroutine. Und übrigens habe ich gestern Cindy Schweif eingeflochten. Sieht so schön aus. Also das hier ist der Putzkoffer, wo die Hufpflegesachen drin sind und andere Sachen. Zum Putzen habe ich ja einen anderen, größeren Putzkoffer. Und für die Hufpflege benötigen wir eine Hufbürste, Hufauskratzer. Beachtet das nicht, essen geht immer. Dann noch Hufpinsel. Und ja, das soll Huffett sein. Und zwar das erste, was ich jetzt machen werde, ist die Huffe auskratzen. Mann, bei Toffi könnte man es besser zeigen, weil die hat so ein Auskratz-Hufbein. Cindy hat es nicht. Aber egal. Dann tue ich die Huffe mit der Hufbürste sauber schrubben, damit dann, wenn ich einfette, kein Dreck drunter ist. So, und jetzt zu guter Letzt werde ich mit dem Hufpinsel Huffett halt auf die Hufe machen für Pflege und so. Macht schon Sinn. Und ja, ich weiß, das ist nur Klopapier, aber ja, toll. Beste Idee. So, und jetzt bin ich auch schon fertig mit der Hufpflegeroutine. Ja, es geht sehr schnell. Also, ja. Das mache ich übrigens jeden Sonntag. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonnieren nicht vergessen. Und schaut auch gerne bei mir auf TikTok und auf Instagram vorbei. Auf TikTok heiße ich maikesholzpferde und auf Instagram maike und hoffifee. Ciao.